Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Heute befinde ich auf einen der kleinen Kimmelsplätze, die ich besuchen werde dieses Jahr, der mich in Coaster hält. Dieses Video gilt auch zum Test meiner neueren Kamera durch mein neues Handy. Wie sicherlich einige wissen, war mein altes Handy ja kaputt. Dein Hintergrund könnt ihr schon Speedy sehen, aber dazu später mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020